Sooo und ich starte mal den Timer und äh Wir sind jetzt... Oh Gott! Penny ist am Brennen Jetzt nicht mehr, schade Und wir sind in Part 28 Und let's play together Minecraft Man Oh Jetzt muss da so ein episches Echo kommen Minecraft Graf Graf Genau Sehr episch Und was ist denn hier passiert ey? Was ist denn mit dir kaputt Stefan? Verbot Nichts Bleib draußen Was machst du? Was machst du? Mein Weg hat dahin gesehen? Der kann doch nicht alles kaputt machen Paddy ist glaube ich immer noch besurfen Ey Paddy der hat doch echt einen gesehen oder? Ja Hab ja auch Den Eingang der wird hier zugemacht man Der hier Ich habe vorhin gefragt So Sag zu Wir kommen von der Hütte rein Das reicht doch Ja sag ich ja Darf ich mir ein Baumhaus machen? Nein Ich brauche doch erstmal unser richtiges Haus ist fertig Wir hatten sich mal nochmal ausfällig da ich mir ein Baumhaus machen Darf ich mir ein Prinzessinnen Schloss bauen? Du kannst ja zum Beispiel mal die dritte Etage drauf setzen Dritte 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 Paddy vergisst immer alles nach 3 Sekunden Jetzt habe ich mein Mikrofon aus der See gemutet Hast du nicht Hast du nicht Wir haben dich gehört Ist egal Wo habt ihr hier Okay gut Türbuck Wer hat schon wieder die Tür offen gelassen? Ich nicht Ich dachte irgendwo die Tür vor der Nase zu Ist doch nett oder? Willst du jetzt dritte Etage haben oder was? Ja habe ich doch vorhin gesagt oder wie? So die drei Buckets sind da drin Und ich mache mir jetzt erstmal eine Eisenspitzhacke für Diamant wenn ich euch finde Hat einer noch Treppen? Ähm Ja Zwölf Stück Aber wie viel? Ich lege dir Rest Eisen da rein Das sind elf Eisen Du kannst ja Runden reinlegen Ja mach doch Wir können ja hier so eine Übergangstruhe machen, dass man da seine Items reinlegt Und wenn mal jemand Zeit hat, kann er die hier unten einsortieren Genau Ich buddel nämlich jetzt immer Ich buddel jetzt nämlich in meiner Mine weiter Mach das Und ich baue gleich das Haus aus Ich würde sagen in der dritten Etage machen wir so einen Wohnbereich Einen Wohnbereich Und da drunter die, da kann man ja hier so Öfen Also in der zweiten Öfen, Ofen, wie auch immer Offen Offen Offskis 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 Öfskis Ganz viele Tunnels Tunnelinchen Paddel 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 eine Quad dessen bürge Obt VGO wenn man geht die treppe so ich habe keine ahnung ja es wird nacht ich muss rein wir haben schon acht uhr ich muss schlafen gehen warum finde ich immer in diesen stecktes momenten eisen das ist immer mal ja das minecraft minecraft ok schön dass das mal selbst erkennt welche treppe meinst du denn das hilft mir ist genauso wie wo bist du hier wo ist ja da drüben im haus warte mal eben ich muss nur so zu apfeltasche also auch was anderes ja klar dass man das jetzt falsch verstehen ich bekomme gleich übrigens eine pommes currywurst ich habe schon eine pommes currywurst steht hier neben mir ja und du isst sie aber gerade nicht ja und aber gleich dann geht die noch warum gehe ich hier hin wenn die welchen treppe machst du denn welche treppe meintest du also nicht die hier die ist doch schon lange da oder nicht ob so jeden scheiß ne ja davon kommt immer meine mine damit du siehst weil ich alles gebaut habe in der letzten zeit hier ja ich gehe mal eben schlafen damit ich nicht woher die ganzen diamants wird sagt ihr das wird alles so einfach gehe einfacher gehen einfach gehen ja ich baue ganz viele tunnels hier unter die erde und hat ganz viele ich baue ganz viel der tunnels unter das erde so ich hoffe das geht jetzt sieht gut aus sieht schlecht aus ja perny macht schon überlebe ich das ich wollte schlafen gehen die spannung ist unerträglich also bei mir wird es nicht tag ich kann keinen tag machen ich kann keinen tag machen und ich hätte auch nicht die wird nicht warum ist es jetzt tag ich weiß auch nicht dass meine tastatur einfach dieses kommando geschrieben die letzte mal wenn ich wollte eigentlich eigentlich auf einmal waren hier alle monster wenn wir an ja bau dabei sein baumhaus rein nein guckt euch mal den mammon hier an sage ich ja bau da dein baumhaus rein ok kann man ja so fett integrieren so besser integrieren ja ich hatte nur ein leck ach so das glaube ich jetzt nicht ich vertraue ich leuchte hier draußen mal ein bisschen den wald mit fackeln aus und sie so einsam dass dass wir hier nicht gestört werden ja das war ja klar warum bin ich nie weggekommen wo bin ich nach der in seiner ganzen sachen jetzt weg nein der verdreht vor der tür ich kann alle wieder aufsammeln naja jetzt ist der auf dem balkon oder was ihr könnt mich doch alle mal kreuz da habe ich einfach sagen für die arschloch der creeper der sammelt jetzt meine sachen auf dem blödmann nein ja komm ich lockte ich mal weg kommen hier kleiner kommt ich kann mir hier fein hier ist so ist brav so ist brav nie und und war ja klar die explodieren so schnell jetzt er ist krass und jetzt komme ich zur sache jungen na ein bisschen erde kann man ja immer gebrauchen aber hier sind so viele creeper das ist schon nicht mehr normal irgendwie so na toll jetzt habe ich wieder so blöde level kugeln um mich rum fliegen die ich nicht aufsammeln kann später kann man jemand hier runter kommen das gelett töten nein meine sachen aufsammeln weil wir uns nämlich schon fackeln aber ich weiß nicht wo ich hier eingefallen bin ich muss mal kurz so dass man sich rausschneiden so und weiter geht's na wer war das ich nicht ja jetzt reicht es aber ne uns nicht doch ich bin es ich habe gerade creeper gefunden also ich habe gerade wieder in der höhle ich habe gerade einen creeper gefunden ich habe heute so ungelungen ja na klar mobs borne auch noch herrlich wir haben auch schon einen gefunden naja ich das ja mega geil wo muss ich raus aber ganz komisch wenn man auf den server neu connected hat man wieder voll hummer klinis arschgesicht wollte ich jetzt seine mobs borne einen klinischen missgeburt hallo jetzt reicht es ja ne das ist äh demo versus skillet so jetzt war ich den mobs borne dazu habe ich den zugebaut cool bringt dir nix warum aber wenn da überall fackeln sind da ist ja noch ein krieger da fackeln die nicht lang glaub mir so jetzt habe ich überall hier so eine höhle gefunden hier etwas ausgeleuchtet warum habt ihr die sache nicht abgebaut weil ich wahrscheinlich wenn ich das war meine fresse in die also weiß ja da weißt du bescheid ich das ist unnormal wie viele creeper hier sind aber das sieht so ein bisschen so ein bisschen nach gefängnis aus unser haus aber nur ganz ein bisschen ihr seid du bist genau über mir ich ja oder zumindest einer von euch das ist aber eine schöne druckplatte die ich hier hingesetzt so groß irgendwie war die rohstoffe in anderem ab auch und die rohstoffe bauen wir mal im nächsten part ab die leute probleme bütteln